So, willkommen! Neue Mods und CC-Verstellungen heute mit Dreamy Outdoor von 6MCC. Ja, das könnt ihr euch runterladen, gibt es kostenlos als Download und ich möchte euch heute zeigen, ihr seht schon ein bisschen was, sind voll coole Sachen dabei. Das ist eine Sitzbank, aber die hat Seile, man kann damit zwar nicht schaukeln, aber das ist einfach so eine Sitzbank, total cool. Wir haben schöne Lounge-Möbel für draußen und richtig schöne Texturen. Das ist auch so der Fokus von Alex, so heißt der Creator. Er wollte mir nicht verraten, wo er herkommt, das hält er so ein bisschen geheim. Aber wirklich schöne Sachen und die hat er als Download auf seinem Patreon-Account jetzt für alle zur Verfügung gestellt. Das Set gibt schon ein bisschen länger, aber es war noch nicht für alle verfügbar und es sind wirklich schöne Farben und Muster dabei. Wirklich verschiedenste Farben auch, finde ich sehr cool, auch mit dem Holz. Das ist richtig, ja, richtig krass. Da haben wir richtig Bock auf Eis irgendwie bei dieser Farbe. Und es gibt auch so normale Holzstühle, ne, es sind so Esszimmerstühle, auch richtig schöne Texturen. Wie gesagt, da bot er immer noch ein bisschen mehr auf, die Objekte. Das ist so sein Fokus. Das Ganze haben wir auch noch als Barstuhl, also für höhere Theken oder, ja, für so ganz normale Bars eben und auch in den passenden Farben natürlich. Dann haben wir hier diese Schaukel, die eigentlich nur eine Bank ist, aber halt, ne, weil das Objekt halt nach oben geht und Seile hat, ist das ziemlich cool. Vor allen Dingen für draußen. Das kann man vielleicht auch in irgendeinen Baum reinsetzen oder an so ein, ja, an so ein Vordach irgendwie setzen oder so. Wirklich, wirklich schön. Und dann haben wir hier noch so eine, ja, so eine Sitzbank. Und da auch, ne, wirklich schlicht. Ich mag das total gern. Und dann halt auch wieder diese passenden Muster dazu und auch entsprechend die Farben, damit das hier, wie gesagt, halt zusammenpasst, ne. Das ist wirklich gut. Und man kann das sich auch individuell zusammenstückeln, wenn man nämlich hier so was. Und das Coole ist, es gibt nämlich hier dann nochmal so eine Long-Share. Und das kann man so zusammensetzen. Und ja, die Sims können da drauf sitzen auch. Das ist wie eine Automane von der Funktion her. Ja, wirklich cool und, ja, es passt halt auch alles perfekt zusammen. Da muss man dazu sagen, wirklich auch eine große Farbauswahl, ne. Es ist schon einiges dabei. Und, ja, dann haben wir da noch was Cooles. Und zwar gibt es da so eine Matte, ne. Und die kann man so drüber setzen. Und das geht halt nur mit Move Objects. Bb.Move Objects. Alle Cheats gibt es auf Simfans.de und auf dem Cheater-Mauspad für euch auch. Und damit kann man ja Objekte frei bewegen. Und da kann man dann quasi so eine Decke drauf platzieren. Das ist jetzt wieder wahrscheinlich der Vorführeffekt. Das ist gar nicht dafür gedacht, sondern für was anderes. Aber es gibt hier noch eins. Das ist für diese lange... Man sollte es, also als Tipp, ne. Man sollte erst alles im Kästchen platzieren. Da liegt das nämlich ganz genau drüber. Und dann passt das auch drüber. Und da gibt es auch jede Menge Farben. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, ne. Und dadurch, dass das halt so dünn ist, klippen die Sims da nicht durch, wenn die sich draufsetzen. Wirklich toll. Das gleiche auch mit den Kissen. Ne, die sind auch schon perfekt in der Höhe. Da kann man sich dann das frei dekorieren. Und das Coole, ne. Ihr wisst vielleicht schon, auch die kann man natürlich dann individuell umfärben. Also die kleben da nicht drauf. Das finde ich sehr nice. Da bin ich ja auch der große Verfechter dafür, dass man das so macht. Und wirklich schöne Kissen auch wieder in den Farben, ne. In diesen Sommerfarben einfach, ne. Muss man so sagen. Es ist so cool. Und dann haben wir hier so einen Tisch. Das ist so ein Bartisch. Und wir haben auch so einen großen Tisch. Also es ist kein Bartisch. Es ist ein Esstisch. Aber, ne. Es ist so ein kleiner, so ein Tisch halt. So ein normaler Tisch. Kein Couchtisch. Und auch hier, ne. Das ist wieder das gleiche Holz. Ist ein bisschen simpel alles. Aber ich finde das gar nicht so schlecht irgendwie. Ist so ein bisschen minimalistisch auch. Auch hier haben wir so Regale. Ne. Auch sehr schön. Die kann man bestimmt auch an die Wand irgendwie hochleveln. Ist bestimmt auch ganz cool, ne. Und auch da haben wir wieder die Farbvarianten davon. Und, ja. Dann haben wir noch das gleiche in klein, ne. Das ist jetzt quasi die Couchtisch-Variante. Deswegen vorhin meine, ja. Auch hier, ne. Schöne Steinfarben. Schön matte Steinfarben. Ist auch alles Maxis Match, würde ich mal behaupten. Ein wunderschönes Outdoor-Waschbecken. Ja, was für ein schöner Stein ist das denn, ne. Auch hier diese Texturen und diese Macken da drin. Unten. Das ist wirklich cool. Auch hier wieder mit den passenden Holzfarben. Ich bin ja wirklich Favorit von diesem. Was ist denn das? Rot. Im weitesten Sinne. Und dann haben wir ja noch was Cooles. Dafür braucht ihr aber Inselleben. Weil Luftmatratzen sind natürlich mit Inselleben gekommen. Und, ja. Die Sims können die auch benutzen. Also auch auf dem Wasser dann damit schwimmen. Hier gibt es bei der Auverschine gibt es leider keine Farbalternativen. Aber hier gibt es, ähm. Ja, immerhin drei Stück. Dann gibt es hier noch schöne Pflanzenkübelein. Ja, man denkt erst, die sind viel größer. Aber die sind relativ klein. Aber ich finde die genau richtig eigentlich, ne. Muss man so sagen. Und auch hier. Guckt euch mal die Texturen an. Wirklich, wirklich cool gemacht. Wirklich schön, ähm. Detailliert. Auch hier gibt es verschiedenste Farben dann noch. Ja, wie man sich das so wünscht. Steintexturen. Und dann aber trotzdem auch noch, ne. So diese blauen Rottöne, was wir auch bei den Möbeln drin haben. Damit das alles zusammenpasst. Pflanzen kann man ja nie genug haben, ne. Es gibt nochmal eine. Eine riesige Palme. Die sind fast schon, also auch die und die, das sind fast schon Alpha CC. Also die sind ein bisschen weiter weg vom Maxis Style. Dann haben wir noch was Schönes. Das ist ein Bild für die Wand, ja. Das ist auch richtig schön, wenn man sich so ein Vordach macht. Vielleicht vor dem Pool oder so. Und man nochmal dieses, diesen Flair da mit reinbringen will. Wirklich geil. Auch hier gibt es nochmal so Getränke. Ja, aus so einem, aus so einem Glas. Leider hier keine anderen Farben, aber das reicht auch, ne. Hier wie gesagt die Kissen. Dann haben wir noch diese Decken. Ich glaube die ersten sind für die Stühle, wenn ich mich da, oder hier für das hier. Ja, die kann man dann da drüber packen. Ja, die Stühle sind auch zu hoch. Aber hier passt die drüber. Und die andere, die passt über diese Long, Long Share drüber. Ist auch ein Slot. Also es rastet auch ein irgendwie. Aber, ja. Dann haben wir hier noch einen Outdoor-Kamin. Ups, da ist die Kamera verrutscht. Ja, ist auch schön, ne. Richtig schöne Feuerstelle. Ist auch benutzbar. Nicht nur Deko. Hier haben wir dann auch nochmal so eine Glaskaraffe mit Eiswürfeln drin. Wirklich cool. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch noch die Zitronen da drin. Auch die hat keine Farben. Das ist eine Lampe. Ja, so eine Outdoor-Lampe. Auch wirklich schöner Style. Also mit einer Kerze drin. Aber von der Funktion her eine Lampe. Auch da gibt es wieder diese Holzhürde. Wer hätte es gedacht. Das finde ich auch mal schön, wenn sich das so das ganze Set durchzieht. Und jetzt noch eines der Highlights, wie ich finde. Denn Lichterketten. Wie geil ist das denn? Das sind eigentlich Wandobjekte. Mit Move-Objects kann man die aber natürlich auch so dazwischen platzieren. Also auch an so einem Vordach vielleicht hin. Und die gibt es in allen möglichen Formen und Breiten und Schwungtiefen und so. Also da bleiben, glaube ich, keine Wünsche offen. Man kann die dann natürlich auch super hier kombinieren. Und dann, ja, sich da was machen. Auch das sind Lampen. Also die leuchten bei Nacht. Das ist ganz schön. Ja, die überstrahlen hier jetzt ein bisschen bei meinem Haus so. Aber es sind wirklich schöne Sachen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Auch hier haben wir dann noch einen Grill. Der passt natürlich hier perfekt zu diesem Waschbecken dazu. Das ist wirklich auch ein Grill, also den man auch wirklich benutzen kann. Es ist nicht nur irgendwie Deko. Und dann last but not least noch so ein, ja, Vordach. Pergola, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das Schöne ist, die sind auch so gedreht, die Hölzer oben. Also wirklich cool. Und, ja, es ist auch eine runde Sache insgesamt. Da muss man schon sagen. Es ist halt auch wirklich eine schöne Geschichte, dass er die Holzfarben kombiniert hat und so. Also Daumen hoch, würde ich mal sagen. Das ist es auch schon. Keine Baumodus-Sachen. Ihr könnt das runterladen auf der Patreon-Seite. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Da kommt ihr dann drauf und da habt ihr dann auch mal so einen Überblick, was ihr auch damit vielleicht anstellen könnt, wie ihr das kombinieren könnt, verwenden könnt. Und dann könnt ihr euch das hier runterladen. Und, ja, hier das komplette Set. Das sind nur Updates, weil die Stühle ja ein Update benötigt haben. Aber wenn ihr das runterladet, habt ihr alles. Auch das aktualisierte, die aktualisierten Stühle. Weil CC-Stühle musste man aktualisieren seit einem vorherigen Patch. Und, ja, ganz viel Spaß euch damit. Wenn ihr auch Vorschläge habt, kommentiert die gern. Wenn ihr coole Sets kennt und sagt, hey, das ist voll cool, muss man teilen mit der Community, muss man zeigen, was es da alles gibt, dann packt mir das in die Kommentare. Vielen lieben Dank, euer Daniel. Und guckt auch mal die Mods und CC-Vorstellungs-Playlist rein. Da gibt es nämlich noch ganz viele weitere Sets, die ich total cool finde, die ihr euch angucken könnt. Und, ja, stibbert da mal durch. Link auch in der Videobeschreibung. Bis dann, euer Daniel. Ciao.